Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Ludenberg. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 33 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 720 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017